Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Fische, deine körperliche Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen. Wenn du Geld sparst, indem du zahnärztliche Untersuchungen vernachlässigst oder dich für eine billigere medizinische Versorgung entscheidest, könnte sich das langfristig als nachteilig erweisen. Denke daran, dass deine Gesundheit von unschätzbarem Wert ist und dass die Pflege deines Körpers nicht verhandelbar sein sollte. Erweise deinem Körper die Pflege, die Ehre und den Respekt, den er verdient. Oft fällt es dir vielleicht leichter, das Wohlergehen anderer zu bevorzugen, aber es ist wichtig, dass du dir selbst die gleiche Aufmerksamkeit schenkst. Der heutige Himmelsaspekt gibt dir die Möglichkeit, langsamer zu werden und in dich zu gehen. Ob du diese Gelegenheit wahrnimmst, liegt ganz bei dir. Deine Gefühle zu verstehen, ist eine wertvolle Fähigkeit, auch wenn sie nicht immer einfach zu beherrschen ist. Vielleicht stößt du in deinem Umfeld auf Widerstand, wenn du versuchst, dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Eine stille Meditation oder eine virtuelle Yogastunde können dir helfen, deine Gefühle tiefer zu erforschen. Die kosmische Energie wird dein Arbeitsumfeld aufrütteln, aber du bist gut gerüstet, um damit umzugehen. Du hast die zunehmenden Spannungen gespürt und bist auf die Veränderungen vorbereitet, die auf dich zukommen werden. Es kann sogar sein, dass du aus diesem Wandel in einer vorteilhafteren Position hervorgehst und von den Veränderungen profitierst. Liebe, Romantik und Beziehungen sind von Natur aus rätselhaft, deshalb inspirieren sie zu unendlich vielen künstlerischen Kreationen. Die heutige himmlische Energie enthüllt einen bisher schwer fassbaren Aspekt deiner Beziehung. Diese neu gewonnene Klarheit könnte dir ein Gefühl der Befreiung vermitteln und dich dazu ermutigen, dich auf eine tiefere Ebene der Beziehung einzulassen. Denke daran, dass es beim Verstehen der Feinheiten der Liebe nicht darum geht, sie zu vereinfachen, sondern ihre Komplexität anzunehmen. Im Laufe des Tages könntest du auf unerwartete Herausforderungen oder Situationen stoßen, die Frustration auslösen. Egal, ob es sich dabei um Konflikte in persönlichen Beziehungen oder um unvorhergesehene Hindernisse in deinem beruflichen Umfeld handelt, erinnere dich daran, dass hinter dem anfänglichen Ärgernis eine wertvolle Gelegenheit zur positiven Veränderung steckt. Deine Entschlossenheit, dich diesen Herausforderungen zu stellen, kann dich zu innovativen Lösungen und einem neuen Gefühl der Selbstbestimmung führen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass Unannehmlichkeiten oft den Weg für Wachstum und Erfolg ebnen. Unter dem Einfluss des Zwillingsmundes überwiegt bei Entscheidungen die Rationalität gegenüber dem Gefühl. Diese Mondphase fördert die intellektuelle Problemlösung und zeigt auf zwei mögliche Lösungen für jedes Problem auf. Die analytische Natur des Zwillingsmundes passt gut zu deiner angeborenen Neugier, die dich dazu bringt, Dinge auf einer tiefen Ebene zu erforschen. Das könnte bedeuten, dass du metaphorisch viele Steine umdrehen musst, um die Klarheit und die Erkenntnisse zu finden, die du suchst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Lassen wir uns auf die Geheimnisse ein und vertrauen wir darauf, dass die empfangenen Botschaften uns zu Wachstum und Verständnis inspirieren werden. Die Karte Herrscher steht für Autorität, Struktur und Führung. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute die Qualitäten des Herrschers verkörpern könntest, zu denen Durchsetzungsvermögen, Stabilität und strategisches Vorgehen gehören. Sie steht für eine Zeit, in der du die Verantwortung übernimmst, Ordnung schaffst und deine Autorität durchsetzt. Der Herrscher ermutigt dich, deine Führungsqualitäten zu nutzen und Entscheidungen mit Klarheit und Zuversicht zu treffen. Er erinnert dich daran, dein Leben organisiert und diszipliniert anzugehen. Diese Karte lädt dich dazu ein, ein Gefühl von Struktur und Stabilität in deinem Umfeld zu schaffen. Als Begleiter des Herrschers haben wir den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Erneuerung. Sie steht für eine Zeit der Heilung, des Optimismus und das Potenzial für eine strahlende Zukunft. Der Stern lädt dich ein, mit Hoffnung und Inspiration in die Zukunft zu blicken. Er erinnert dich daran, dass es auch in schwierigen Zeiten das Potenzial für Heilung und Erneuerung gibt. Diese Karte steht für eine Zeit, in der du auf das Universum vertrauen und dich auf deine wahre Bestimmung ausrichten musst. Der Herrscher und der Stern bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Der Herrscher steht für Führung und Autorität, während der Stern für Hoffnung und Inspiration steht. Mach dir heute die Energie des Herrschers zu eigen, indem du deine Autorität unter Beweis stellst und Struktur in dein Leben bringst. Übernimm deine Verantwortung und triff Entscheidungen mit Klarheit und Zuversicht. Gleichzeitig kannst du die Energie des Sterns verkörpern, indem du hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft blickst. Vertraue auf den Prozess der Heilung und Erneuerung und richte dich auf deine wahre Bestimmung aus. Diese Lesung steht für einen Tag der Führung, der Inspiration und des Potenzials für Heilung und Erneuerung. Mach dir die Energie des Herrschers zu eigen, indem du dein Leben in die Hand nimmst und dir ein Gefühl der Stabilität verschaffst. Nutze die transformativen Qualitäten des Sterns und blicke voller Hoffnung und Inspiration in die Zukunft. Denke daran, dein Leben organisiert und diszipliniert anzugehen, und vertraue auf das Potenzial für Heilung und Erneuerung. Wenn du die Qualitäten des Herrschers und des Sterns kombinierst, kannst du mit einem Gefühl von Autorität und Optimismus durch den Tag gehen und das Potenzial für positives Wachstum und die Ausrichtung auf deine wahre Bestimmung nutzen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!